Ponyherz? Dich gibt es wirklich? Anni, kommst du bitte? Ich komm schon. Stell dir vor, du ziehst um. Mitten aufs Land. Ich habe dieses Kaffee. Du kennst noch keinen. Suchst du dir bitte einen Platz? Neben Lorenz ist noch einer frei. Ich weiß, Anni, das ist alles nicht so einfach. Neue Schule, neues Zuhause. Aber du darfst nicht gleich ausrasten. Frag nicht. Es war toll. Ich liebe es hier. Und deine Eltern sind total schräg. Wann kriege ich mein Pferd? Was? Haben wir gesagt, wenn die Gärtnerei gut läuft, dann bekommst du ein Pferd. Und genau dann, wenn du damit gar nicht rechnest, wird auf einmal dein größter Traum wahr. Ponyherz? Du bist wirklich Ponyherz. Willst du, dass ich auf dir reize? Ich reize? Hast du das gehört, Welt? Ich reize! Sind das so ein echter Wildpferd, oder nicht? Die Pferde haben einen Besitzer. Den Grafen von Meerfeld. Und der hat ein riesiges Areal für sie eingezäunt. Aber ab und zu hauen ein paar von ihnen ab. Oder weil sie vor Pferdediten fliehen. Der müsst hier weg. Ponyherz ist ein Wildpferd. Und die darf man nicht einfach einsperren. Mama! Ponyherz! Ponyherz! We just get one night! Ponyherz! Untertitelung des ZDF, 2020